Nein, ich habe nur schnell Pause gemacht, damit wir ein Video nicht so lang können. Ach so? Ja, das glaubst du eigentlich. Okay. Warte, warte, lass mal, lass mal. Warum? Komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. kommen kommt man sich das so gut die Berge wird sie will so böse und wir sind so böse Leute sind auch ein Wort vor Ort sind 8 mal erneut der müssen das andere besten fertig machen andere gefunden ich bin ja auch ein selder als man hier kommt 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 ich war gerade um einen Sachen zu reparieren gefüllt wird man das 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 nämlich der Zeit ist die ganze Zeit das mal Ja, lass ihn mal. Hey, komm. Was ist ihn? Nein, ich will das jetzt fertig machen. Ach man, ich will das nicht sterben. Der wird nicht so schön sterben. Der ist, der ist nur stark sicher. Ich guck mal, welches Level er ist. Der ist Level 14. Ja, sag ich ja. Nur stark. Also er ist stärker als hier, man. Warum kann ich da nicht drauf kampen, oder? Noch Zeit, komm. In diesem Spiel bin ich sozial und beschütze die Schwachen. Seit wann das denn? Ich weiß auch nicht, seit wann. Aber ich hab's jetzt gerade. Boom, boom, boom. Na, noch macht die Fähigkeit noch nicht so viel damage. Hm? Schon gut. Na ja, siehst du trotzdem gut. Ja, ja. Ich hab's geschafft. Sag mal. Was hast du geschafft? Die Feldmission. Ich bin grad dabei, ich hab die Hälfte. Wo willst du nichts? Hier hinten vor dem Turm. Ja. Ja. Wo hat mal der Mäder... Oh, scheiße. Ist mich da runtergefangen. Habt ihr angenommen? Noch nicht. Ich muss annehmen. Ich... Ah, fuck. Ich bin runtergefahren. Ich hab's nicht geschafft, sorry. Mach nochmal. So, dann, ich bin geschaut. Toll, jetzt werd ich die verbrämmen, ne? Ich bin im God-Mode. Er ist im God-Mode. Ach. Ja, klar. Wir gehen dann rechts. Denn rechts ist der rechte Weg. So, ha, 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 ha. Was? Könntest du aufwenden, also? Das ist... Das kommt nicht gut. Hey, das ist... Ja, was? Wir sollen doch immer den rechten Weg gehen. Hallo? Ja, den rechten Weg soll man immer gehen, aber nicht so wie du meinst. Ich mein's. Habt ihr auch schon die, ähm... Wir werden so als Nazis beschimpft, ich sag's euch jetzt. Wenn du so denkst, ja. Ich denk nicht so. Ja, dann denk halt nicht so. Ja, da ist ein Irrlicht. Nein, ich stoss das sogar noch direkt zum Baum. Ich mach nix anderes, außer ich spamm einfach nur X. Clear. Und André, wie ist Elswirt? Wie? Ich spiel das schon. Eine Zeit lang. Warum fragst du mich immer? Weil ich... Ich mein nicht Elswirt das Spiel, ich mein Elswirt den Charakter. Ach so. Geil. Das ist... Das ist... Das ist einfach so ne Verwirrung. Ist so. Ja, ohne Witz. Nee, das hätte jetzt wirklich sein können, ne? Ja, ich würde... Welche Spielentwickler nennen einen Charakter im Spiel genauso wie das Spiel? Das müssten ja urtepperte sein. Was ist denn mit Naruto? Ja, gut. Es heißt aber Naruto Shibusan, okay? Aber was ist mit dem ersten Teil von Naruto, wo der klein ist? Das ist Naruto. Okay, ja. Es ist Naruto. Ja, aber ist LoL zum Beispiel so teppert und mach das gleiche? Nein! Du auch. Das hat gerade eine Abitur. Ja, ein Shand namens LOL wäre wahrscheinlich auch supergeil. Ja, den will ich sofort nehmen. Oder nicht. Aber bald kommt ja der neue Champ genau aus. Ja, genau. Ja, ähm. Timon Nachahmer, Sivir Nachahmer und Pokémon Mega-Entwicklung Nachahmung. Oh ja. Das ist so richtig geil, dass ich das wieder in Verwanderung bekomme. Den hole ich mir auf jeden Fall. Wirklich? Ja, ich wahrscheinlich ja. Einfach mal ne Runde mit dem Zocken. Und der hat noch genau die gleiche Größe wie Timo. Bestimmt sein, äh, Cousin. Ja, der hat die gleiche Teil. Was ist denn, ey? Hey, das macht dir kein Spaß. Jawohl, Ari. Ari macht Spaß. Ja, wir spielen jetzt auf schwer. Vorhin war normal. Ach so. Ach, wir spielen die Mission auf schwer? Ja, das ist schwer. Guck um rechts. Ich muss den mindestens auf normal machen. Oh mein Gott. Er hat mich wirklich auch schon wieder runtergestopfen. Dieser Typ ist so stark. Der ist nicht stark. Er hat mir Damage gemacht, Mann. Mir nur ein ganz kleines bisschen. Ja, ey. Ich bin die einzige. Ich... Geil. Ich hab's verdeckt, meine. Oh, ich hab ein S. Oh, ich hab ein S. Bei der nur A. Wir haben ja keine Ahnung, wie waren das Spielspiele. Ja, genau. Sag mal, an welchem Level der Klassenwechsel ist. Was? An welchem Level ist der Klassenwechsel? Äh... Alter meint mich. Äh, ab 9. Ja, morgen. Wir müssen gleich... Da steht ab morgen, passen Klassenwechsel. Wo hast du da heute? Nicht? Ungefähr? Ne, 15, oder? Ey, guck mal ins Spiel. Ich hätte so ne... Äh, Armtasche. Was müssen wir jetzt machen? Für Rena... Wer hat Rena? So, ich hab jetzt mal meine Quest abgeschlossen. Hey, Leute. Ach, das ist Ulle und Illy. Die kommen nur manchmal. Ulle und Illy? Sind die hier? Ja. Greif die nicht an, als er selbst mit einem 21er-Account hat, habe ich Probleme. Wirklich. Wir haben die gerade fertig gemacht. Hä? Dann sind die aber nicht so stark wie da. Wo seid ihr überhaupt? Auf der Drücke. Immer noch. Fuck, Alter. Ah, Mann, Alter. Das wird schon schwieriger, gell? Aber Drachentöter. Hey, wir müssen wieder 12 von diesen Robo-Spielen. Ja, ja. Mir wird das gar nicht mehr recht angezeigt. Boah. Elseworld. Boah, der ist mir noch nicht down. Else wird das beste Spiel der Welt. Man muss immer den gleichen filmen. So. Tausendmal hintereinander. Plus 10.000 Mal davor. Guck mal, wie stark der Else ist. Er stirbt eh gleich. Jetzt mach ich hier einen Drachentöter. Wenn ich treffe. Oh. Hab wen. Welchen? Ulle oder Illy? Oder wie die auch heißen? Den kleinen haben wir. Hey, das ist das F da. Ja. Du musst ja wohl fast down. Ey, siehst du dieses F da? Dieses F? Ach, da seid ihr! Ne, das leidet gar nicht. Oh, Mage. Oh, ich hab' noch verdient. Was für brauchen wir noch? Einfach. Noch fünf Stück. Vier Stück. Oh, da. Oh, du so. Ey, wollen wir ein Free for All machen? Wie? Nein. Ja, alle gegen alle. Ja, Kenan gewinnt das, weil er kennt die Kombos. Ich kenn die Kombos auch. Einfach X drücken. Ja, das funktioniert doch immer. Ja, wollen wir mal ein Survival machen? Wart mal. Mach mal, ich hab's nicht so noch da. Oder mach mal. Ja, mach's mal. Lass's mal in der nächsten Folge machen, oder? Wie lange geht ihr eigentlich schon wieder? Das ist jetzt neu, oder? Ja, ja. Ich hab' eine neue aufgemacht, ne? Ja, komm, dann geben wir ein Survival machen. Okay, mach mal. Ja, komm, dann gehen wir ein Survival machen. Ja, kommt alles zu mir. Wo bist'n du? Ein ganz links am Eingang. Ich muss hier noch ein paar töten. Wo denn? Ich steh' da. Er spielt einfach nur beim Eingang, hallo. Und jetzt einfach D. Denn D ist das Beste. Bist du mal. Ist das auch natürlich, das geht es gut. Ach, ich kann wieder was machen. Schneller Angriff. Warte, da ist etwas. Schulterstoß. Himmlische Liebe. Das wärmende Gefühl der Liebe heilt eure HP und MP. Wo seid ihr? Oh, das muss ich haben. Himmlische... Komm, Michi, hier links. Wart mal. Geht ihr jetzt die Dinge zu... Wohin geht ihr? Also wo ist Michi hin? Also ich springe hier. Wir haben das ganz links zu Camilla. Wir drei aber nur, okay? Wohin, komm ich? Camilla ist in der Mitte von der Map. Oh Gott. Oh Gott. So, Übungskampf. Loxverstand. Wo ist denn? In der Start oder was? Ja. In der Mitte. Und wie heißt der Raum? Der SL. So, Camilla sehe ich. Und Passwort ist Canon 123. Was ist Übungskampf? Übungskampf? Du gehst auf Camilla, machst Y, dann gehst auf Übungskampf, suchst den Raum DSL. Und Passwort Canon 123. Ich hab nicht gefunden. Canon 123. Canon. Ich hab keinen Namen. Zwei gegen zwei G... 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 Und jetzt? Bist du drin? Nee. Bist nicht drin? Ja. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Nee, das ist... Das ist André. Ich glaub das Passwort ist falsch. Ich bin weiter... Klein, ne? Achso. H-I-N-A-N Ja dann sag das doch gleich! Bereit? Los Raumeister, wir sind bereit! Oh Gott, wir werden so ablosen! Uh, man kann hier... Oh, 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 ich bin in der Mitte! Nein, 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 nein! Pack ich mich an! Mischige Hektar! Aber jetzt geht's euch gut! Jajaja Jajaja, jajaja, Alter! Diese Combo-Upents! Ich hab immer die, die voll langem angreift! Die wollen in uns spielen! Hey! Du hast doch nicht das Mädel-Ahn in der Mitte! Jetzt zeig ich dir mal unseren Drachen-Dritter! Alter, ich komm nicht zum Zug! Nope! Nein! Schatze! Was machst du da? Nicht gegen mich von hinten, ey! Oh ja, so geht das! Geht doch weg, Alter! Alter! Ich werd von euch voll in die Mangel genommen! Jetzt zeig ich euch mal den Drachen! Oh fuck daneben! Nein! Fuck! Schlau, was machst du da? Hey! Das macht man nicht, dein Mädel! So! Du bräser Junge doch! Jetzt bist du dran! Oh! Geht mir gleich nicht dran, Alter! Oh, ich hab genau den Drachen getroffen! Oh, ich hab genau den Drachen getroffen! Geweckt damit! Warum treff ich den? Wie soll ich mich am meisten leben, Mann? Weil ich gut bin! Ich drück die ganze Zeit nur X! Ja, ist ja gut! Geobörder! Was? Wieso bist du so aufgewicht? Geht mir lader? Keh das ist voll schnell, Alter! Hey, jetzt hab ich endlich einen Mischi! Nein, nein, nein! Was? ich bin gleich tot ich bin gleich tot was ist das denn wo bist du komm her nein 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 ich bin noch nicht am leben hey Leute ich kann einfach nichts machen hä? scheiße geh weg ach Alter wenn zwei auf ich komme wieder zu Vernunft weiß und dann kloppen sich dann wieder Alter so 2. da tot unfair Alter wie schnell Kinder ist äh what the fuck ey nein nein was soll das Alter lass mich doch mal weißt du das so mein Stun ja kannst du Stunnen nein in die falsche Richtung oh jetzt habe ich mich zu adi oh ich bin nicht adi scheiße geh weg damit ha genutzt Alter Alter warum sind wir da oben ich bin fast da und ich bin weg ich bin fast da und ich bin weg hast du da geholt oder? keine Ahnung auf dem Boden mit dir schlampe Alter au aua der ist so schnell mit dem Kerl ne okay du bekommst du meinen Drang eigentlich bin ich tot das war mein Drang ja ihr seid schon voll live ne jetzt wirds krass oh komm schon Mischi komm schon Mischi ne alter alter ich guck voll in die falsche Richtung woher jetzt hier du bist bei mir scheiße man bleib hier ha warum blick Brack Slayer comparisons Brack Slayer spielte jetzt mit mir ping pong alter pf kapot mit mein ne Problemsala scheiße Alter wie scheiße Du hast die beiden Champions hier am schnellsten angereisen, ja? Du hast ja Elstville genommen. Ja, ich durfte ja nicht Raven nehmen! Weil ich sie ja schon habe, ne? Nein! Nein! Nicht getroffen! Raven, zurück mit dir! Nein! Nein! Du bleibst hier! Du bleibst hier! Du bleibst hier! Wie ein Daisy? Wurde sie dann nachher mit der Shotgun in den Rücken geschossen hast? Genau! Oh, schnell weg! Wurde! Mann, bleibt die! Hau nicht ab! Mensch, Jegeweck! Ach, scheiße! Du scheiße Runner! Das ist das Geile, man kann mit der Luft mit dir raufeln. Das ist so cool! Oh fuck! Oh fuck! Nein! 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 umfair jawohl jetzt kommt werfen so wie das magst mich hier an ich gebe euch beiden meinen direkt jawohl das war schon groß ist das oh das ist das Heildinge nein wow einer auch hey da ist ein hohen williard ja den hab ich irgendwie gerufen michi hör auf damit alles ist scheiße jawohl ich mache zurück andre jetzt kämpfen wir hier zwei ja ich bin da jawohl ich krieg wo sieht man wie viel die kürze rechts haben sie es unten rechts Hör nicht mal auf, hör nicht mal auf, hör nicht mal auf, ich mach das mal so, Ari, Ari ok habe ich gehört, verdammt Nein! So, wo seid ihr jetzt, komm ich Wir falten hier und ich fehlt Alter Nein! Ah, dein scheiß Ding in Da hinab, sehr gut Ah, ausgewischen Ebenso Nope Aua Nein, ich... Nein! Ja! Nein, wer hat das? Alter, der Williard, ne? Nein! 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 Michi, hilf mir! Ich will dich töten! Nein! Er hat dich gekriegt, oder nicht? Ja Nein, hab ich... Boah, wie diese Ahr auf... Ja Das ist mein André holen Okay Hehehe Du von rechts, du von rechts Ja Okay, ich komm von rechts Wo ist er hin? Ab ihn Nein, warum hast du dich töten, Mann? Er hat minus drei Punkte Hehehe Du bist so ein Profi Wow, gleich neben mir Toll Boah! Man tut's so schlecht Ich brauche das Ding, ich brauche das Ding, ich brauche das Dingen Nein, es ist da! Boah! Das ist mein hier, geh weg da raus! Nein! Ich sagte weg! Hehehe Lass mich, lass mich, lass mich! Ich bin wieder der, der angegriffen wird! Oh, krass! Alter Zoll Oh, Michi, Mann! Was ist los mit dir? Hehehe Also, wenn ich mal die Combo treffe, dann treffe ich sie Hehehe Hehehe Okay, ich von rechts Hehehe 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 So mega! Ja, ohne Witz! Michi schwächt ihn weiter, dann kann ich ihn killen, dann hab ich gewonnen. Ja, klar. Ich bin Ari. Der Ari-Move. Was?! Was?! Ups, vollkommen verfehlt meine Kombi. Also mein Blitz soll immer angreifen. Ich hab' ihn. Hab' ihn. Scheiße, Alter. Nein! Nein, ich hab' verloren. Du bist zweiter geworden, Michi. Oh, Mann. Alter, der greift so schnell an, Alter. Nicht mal mit diesem lahmarschigen Bastard. Lass mal unsere Quests weitermachen. Das war's wieder. Ich splitte das Video wieder. Was, du nimmst auch auf, oder? Ja, ja, ja. Sprich mit Aranka vom Cobus-Service. Wo ist die denn? Ach, hier unten. Unter Camilla ist die. Okay. Okay. Ich kenne sich jetzt nicht gut aus. Ich kenne sich jetzt nicht gut aus. Ich stelle jetzt mein Video jetzt. Bis gleich wieder. So, ich bin bitte da. Und jetzt? So, ich hab' jetzt ein neuer Schwett. Ohoho, wie uns drin. Das ist zwar stärker, geil. Wo seh' ich den Vergleich, was stärker ist, was schwächer? Du gehst einfach das Elementar und zeigst mit dem Maus. Hey, Leute? Ja. Und träst das Elementar, nicht aus deinen Dingen. Ich krieg' aber einen besseren. So. Ohp, sorry. Bleib' doch Masch! Und jetzt? Was geht jetzt ab? Wir sind nicht mehr in einer Gruppe. Warum? Ja, ich schlag' gerade ein. Keiner, komm mal her. Du musst einfach in eine Freundesnissi gehen. Und ich kann's auch so machen. Ja. Oh, ähm. Einfach Z. Ja, ja. Wie viel ist das überhaupt? Ja, okay. Die Figur? 16 und 28 seh' ich gerade. Oh. Wollen wir LOL? Eine Runde noch, komm' Nachtwald. Hier, schwer. Okay, eine Runde Dungeon und Dungeon. Ja, mach' mal schwer. Okay. Warte, ich mach' noch kurz den Monster fertig. So. Ja. Dann schon startet. Sehr gut. Das ist unser letzter Dungeon für heute mal. Hoffentlich schaffen wir das. Das ist eigentlich easy. Wow, der ist schnell down gewesen. Ja, mach' eigentlich mal alles down. Warte. Aber der ist auch gesehen, dass sie in die Luft gegangen sind. Und. Bam. Korscher, Korscher, Korscher. Perfekt. Ja, das war echt schnell. André ist immer noch Level 9 älter. Hm. Ja, sorry. Ich bin jetzt zufrieden. Und mit André. Ich auch. Und dann geh' ich um. Ja, geh. So wie bei LOL. 3 gegen 3. Die machen viel zufrieden. Wir machen viel zufrieden. Vergleich mit LOL. Hahaha. Ich bin grad ur fixiert auf LOL. Mach' oben zurück kaputt. Mach' ich. Wir gehen trotzdem runter. Wahrscheinlich, weil wir jetzt zu zweit unten sind. Jetzt muss ich gucken. Was mich ein bisschen an der Ada spürt, ist das, dass ich, sobald ich den Film an kleine Viech gebrittet hab' und immer noch in der Scheiß Combo bin, dann lauf' ich einfach immer weiter und weiter. er kann damit abfahren habt ihr auch schon die quess mit dem pet auf der rechten seite eigentlich ich muss jetzt nach freundin ist es schwer machen dass ich gleich dass mein pet bekomme lasst mir mal eins von den magier geistern hier ist es schon ich brauche an ja 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 das war Ich habe keine Ahnung gehabt, dass die so feil ist und ich habe nicht gekostet. Aua, scheiße, das arme Monster. Lass ihn doch. Das ist ja aber schlecht. So, jetzt kommt der richtige Boss. Dann mach ich mir die wieder zu Ari. Könnte ich auch. Du kannst nicht zu Ari werden, ja. Und Drachenbücher. Und macht den Griff. Die Combo, hast du es gesehen? Ja, die war zu stark. Ja, ich hab den. So, fertig. Mal. Bam. Ein Baum. Der Feuer schweigt. Und Level Up. Bei 4 Level, dann kann ich den Klassenwechsel machen. Ja. Und ich hab S. Ich hab S. Oh. Obwohl ich S plus und S plus hab, Alter. Hatte auch zwei S plus. Aber ein C, Leute. Ja, mit C bekommst du kein S. Was? Geenden. Na gut. Dann. Wir sehen uns später.